Eingelebt, also wir haben eine Wohnung gefunden, nicht nur gesucht, sondern auch gefunden. Mitte des Monats werden wir dann komplett umziehen. Ich bin natürlich auch schon ganz normal in der Stadt unterwegs gewesen, wie man so macht. Sehr herzlich, also alles, was ich bisher erlebt habe, wo Kontakt ist, egal ob man essen ist oder man irgendwo auch mal was einkauft. Alle Leute, die mir im Service sind, muss ich sagen, ganz, ganz herzliche Eindruck, eine schöne Stadt, sehr, sehr positiv.